Wir haben alles gegeben. Es lag im Endeffekt nicht mehr in unserer Hand, aber wir haben alles gegeben. Wir haben abgeliefert und das ist das, was zählt. Nächstes Jahr wird richtig gut und vielleicht schaffen wir es dann in die erste Liga. Es hat sich zwischendurch schon gut angefühlt und jetzt sind wir schon enttäuscht. Schade ist es. Also unser Herz hängt schon dran. Ich war mit meinem Sohn hier, mit meiner Tochter und die haben schon echt gehofft, dass es was wird. Und jetzt tut es schon weh. Ich bin total enttäuscht. Ich habe die Darmstädter als Aufstiegsfavorit gesehen vor der Saison. Ich wollte 100 Euro setzen. Nein. Es ist alles in Ordnung. Wir sind im grünen Bereich und nächstes Jahr kommen wir wieder und machen wieder die Hölle an. Ist so. Die Lilien haben alles gegeben. Es war klasse, aber leider haben an anderer Stelle auch Leute gewonnen und deswegen sind wir jetzt nicht in der ersten Liga. Enttäuschung oder eher Stolz über die ganze Saison? Stolz und dann machen wir es halt nächstes Jahr. Alles gegeben. War super, super Kampf. Hätte klappen können. Schade, hat nicht geklappt. Und jetzt über die ganze Saison gesehen eher Enttäuschung oder Stolz? Nein, Stolz. Super. Nächste Saison greifen wir wieder an. Die Darmstädter schaffen das nächste Saison. Es war schade, dass sie es diesmal nicht geschafft haben, aber sie schaffen es das nächste Mal. Und bist du jetzt ein bisschen traurig oder geht? Nö. Ja, alles in Ordnung? Ja. Okay. Okay.